Um Zahlungen zu Ihren Buchungen manuell zu erfassen, öffnen Sie bitte zunächst über Buchungen, Liste aller Buchungenübersicht, die Buchungsliste. Sofern eine Buchung vollständig über den in Rechnung gestellten Betrag ausgeglichen werden soll, reicht es aus, diese Buchung per Doppelklick anzuklicken und innerhalb der Buchungsdaten die Funktion Zahlung ist erfolgt mit einem Häkchen zu versehen. Verlassen Sie anschließend die Buchung mit OK und die Buchung gilt nun im Programm als bezahlt. Sofern der fällige Betrag nicht mit einer Zahlung ausgeglichen wird, sondern Teilzahlungen anfallen, öffnen Sie bitte ebenfalls die Buchung, die ausgeglichen werden soll und begeben sich in den Reiter Zahlungen. Über die Schaltfläche Neue Zahlung haben Sie nun die Möglichkeit, so viele Teilzahlungen zu hinterlegen, bis der verbleibende offene Betrag ausgeglichen ist. Geben Sie hierzu bitte den Zahlbetrag ein und hinterlegen das Zahldatum. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, einen Buchungstext als Bemerkung zu hinterlegen. Das Programm errechnet Ihnen jetzt automatisch den noch auszugleichenden Betrag. Bitte verlassen Sie auch hier das Fenster mit OK, damit Ihre Hinterlegung gespeichert wird.